Schauen wir uns das mal etwas konkreter an einem Beispiel an, das sich auf ein Forschungsprojekt bezieht, das zwischen 2013 und 2018 in Nord- und Nordost-Thailand stattgefunden hat. Wie äußert sich der Klimawandel in Thailand? In Thailand gibt es eine relativ gute Datenbasis, was die Aufzeichnungen von Klimadaten angeht seit den 1960er Jahren. Und wenn man sich die Veränderungen an den Klimastationen dort anschaut, also die gemessenen Veränderungen, dann stellt man fest, dass es, was den Regenfall angeht, zwar in der Gesamtmenge unterschiedliche Trends gibt. Im Zentrum und im Osten von Thailand gab es eine leichte Reduktion der Jahresniederschläge, im Nordosten und im Golf von Thailand einen leichten Anstieg. Was aber deutlich ist, dass im ganzen Land es zu saisonalen Verschiebungen kommt. Weniger Regenfall in der eigentlichen Regenzeit, in der Monsunzeit zwischen Mai und Oktober, dafür häufigere Regenfälle in der eigentlichen Trockenzeit zwischen November und April. Insgesamt ist die Zahl der Regentage leicht zurückgegangen, etwa einen Tag pro Dekade. Aber die Zahl der intensiven Regentage hat sich dafür deutlich erhöht. Was auch sehr klar ist, dass die Zahl der warmen Tage, also Tage mit einem Höchstwert von mehr als 35 Grad Celsius und die Zahl der warmen Nächte, also Nächte mit mehr als 25 Grad Celsius, zugenommen hat. Es gibt mehr Extremeereignisse, mehr Trockenperioden, mehr Überschwemmungen, aber auch vor allem im Norden in den Bergen mehr Kältewellen. Das deckt sich im Großen und Ganzen auch ganz gut mit den wahrgenommenen klimatischen Veränderungen durch Kleinbauern in Thailand, im Norden und Nordosten. In Bezug auf höhere Niederschlagsvariabilität, mehr Starkregenereignisse, höhere Temperaturen sind nicht ganz so bedeutsam in der Wahrnehmung. Welchen Ausblick gibt es da in die Zukunft? Die regionalisierten Klimamodelle, die für Thailand bis ins Jahr 2100 auch erstellt worden sind, sagen für Niederschläge sehr unterschiedliche Dinge voraus. Eine Abnahme bis Mitte des 21. Jahrhunderts und dann eine Zunahme. Komplex zu rechnen durch die durch die Monsun-Niederschlagsregime dort. Aber was sehr deutlich ist, dass die Zahl der warmen Tage, also Tage mit mehr als 35 Grad Celsius sehr stark steigen wird. Typische Klimarisiken, die von den vom Projekt befragten Kleinbauern genannt worden sind, sind beispielsweise im Norden Trockenheit oder Trockenperioden, Starkregenereignisse und Überschwemmungen und eine steigende Variabilität der Niederschläge. Und im Nordosten vor allem Dürre und ein Mangel an verfügbarem Wasser für die Landwirtschaft und auch eine steigende Niederschlagsvariabilität, vor allem ein späteres Einsetzen der Monsunregenfälle, die für die Bewässerungslandwirtschaft dort wichtig sind. Was in dem Projekt sehr deutlich geworden ist, ist, dass der Klimawandel als Risikoverstärker für die kleinbäuerliche Landwirtschaft in Nordost- und Nordthailand wirkt. Er interagiert mit bestehenden Risiken, beispielsweise Markt- oder ökonomischen Risiken. Das sind sinkende Erzeugerpreise, steigende Inputpreise, Abhängigkeiten zum Beispiel durch Lieferquoten, aber auch Schuldenmangel an Jobs und so weiter. Landwirtschaftlichen Risiken, Pflanzenkrankheiten, Schädlingen, Landknappheit und so fort. Sozialen Risiken. Das beinhaltet zum Beispiel Ausgaben für Gesundheit, steigende Bildungskosten und insgesamt steigende Lebenshaltungskosten. Da gehen jetzt diese steigenden Umwelt- und Klimarisiken rein, nämlich eine steigende Niederschlagsvariabilität und häufigere Extremereignisse, Stürme, Überschwemmungen und Dürren. Dies W affection seu really good topower ist hier ist happened es es die